Am Donnerstag gibt es wieder Satire von extra 3 und wir freuen uns auf Sie, unsere ZuschauerInnen. Halt Schluss mit diesem vogue-wahnsinnigen Gender-Galaber! Wer sind Sie denn? Ach, ich bin Super-Cis-Mann, ein aufrecht irrigierter Kämpfer gegen den Gender-Bahn. Super-Cis-Mann bei extra 3 am Donnerstag nach den Tagesthemen. Und Freitagabend auch in One.